Sooo, Freunde der Nacht. Es gibt... äh, die vierte Arena habe ich noch gar nicht gespielt. Schauen wir doch mal. Solo-Spiel... lalalala... Ich weiß gar nicht, was ihr immer alle habt. So schlimm ist das hier doch gar nicht. Nein, nicht Thornhorst. Nicht Thornhorst. Außenpost Night Owl gehetzt. Das Schreckens hatten wir noch nicht. Kjorg. J. Doolittle. Horrid Wildcard. Ah ja, komm. Ab geht die wilde Fahrt. Scheren Kreuz des Faces verlangt. Ha ja, 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 ja. Ha, ha, ha. So, so... Vom Chaos korrumpiert. Ah, ne Chaoskarte. Bin mal gespannt. Los Perle, zeig's mir. Na komm. Nur mal diese Ladezahlen, wir können ein bisschen Fahrstuhlmusik machen. Ah ja. Heidevitska. Schädelberge, noch mehr Schädel, ja das ist Chaos. Wo kommt die denn, Alter? Alter, wieso denn, wieso denn so ne Knappe? Ich bin doch den Arm abgeschossen. Boah. Und wo schießt denn eine andere? Wo ist die so? Ach da oben. Na komm. Boah. Boah. War doch noch nicht die erste Welle. Wo ist der Rest von euch? Da steckt doch bestimmt wieder, ach da. Die blöde Drecksau. Ach komm. Ach komm schon. Hm. Hm. Komm ich brauche noch ein paar Schuss. 163 Schuss ab, das wird schon gehen. Komm, da kriegen wir hin. Wo geht die Wille Luzi ab? Was ist das für ein geiles Tor? Na komm. Wo seid ihr? Dämonen. Dämonen. Verdammte Achse. Wie soll ich die denn alle betrieben mit dem Lasergewehr? Boah. Alter Futter. Alter Schwede ey. Alter Futter. 1 2 1 2 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ich höre schon wieder fliegen, wo ist dieser? wo ist er? wo ist er? wo ist er? die Powerkrallen, ey! Alter, was ist das denn für ein Move? Hier ist ein Loch in der Luft ich höre es doch schmatzen, ach ja! muss ich die zweite Hand nehmen? ich muss jetzt für diesen kleinen blöden wo ist er? komm raus! komm raus! ich höre ich doch! sooo, jetzt gehts rund! kann ich ein Schwert? nein, ich kann kein Schwert! muss ich halt damit hauen! komm! komm! zur Not haben wir noch ein paar Schwerts! nein! komm! da'llhuzähp, ja! Das war's für heute. Von wo, von wo, von wo, von wo? Das ist ein Dreck so übrigens, ey. Von wo, von wo, von wo, von wo. Von wo, von wo, von wo, von wo, von wo. Von wo, von wo, von wo, von wo, von wo, von wo. Von wo, von wo, von wo. Von wo, von wo. Von wo, von wo, von wo. Von wo, von wo. Von wo, von wo. Zwei Stück. Was für eine Hektik hier. Ich habe ihn noch gehört. Ich fühle mich genau passlich, wenn meine Monitierung alle ist, sehr schön, voll beladen, weiter gehts, wie die Vorstufe zur Hülle. So stelle ich sie mir vor. Kommt meine Kleine, kommt meine Kleine Hektika, oh Gott, meine Hektika, ja so schon. Ach du meine Güte. Ach, Kix. Ach, Kix. Arrgh! 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 Der ist noch echt Space Marina hoch! Ist das die letzte, oder kommt noch ein Schwung? Jetzt komm ich zu, ah Alter! Ja genau, kommt her. Da ist ja noch einer. Tür in Tür. Na komm. Das ist doch der letzte, oder? Mach da so noch einmal. Habe ich einen übersehen? Musste irgendwo nur einer rumschwirren. Hallo? Hallo? Kann ich hier hochlaufen? Kann ich hier hochlaufen? Ach so, weiter komm ich hin. Ist hier noch einer? Hm. Deko. Deko. Irgendwo klipp wir auch noch wieder fest. Der da? Ach wohl nicht. Ha. Ich habe jetzt ein Lasergewehr auf dem Grund. Nee, komm. Komm. Hallo? Hallo? Ach da! Ach nein, das kommt doch hier. Hallo? Versteck dich doch nicht. Komm her. Ach Mensch. Da ist er doch. Ach, geht doch. Ach, na endlich. Munition. Welle 6, ein Leben noch. Durch den Fähkopf haben die mich eben ganz schön von hinten genommen. Aber ich finde so schlecht sich das alle gar nicht aus. Irgendwie sich mal alle gar nicht aufstellen. Na komm. Ich glaube jetzt werde ich sterben. Ach, ich höre ihn schon. Oh, drei Stück. Haben wir hier schon einmal angeknüpfbart? därà und hier eineassemble Begriff. Nein, gemmye raus! Ach, ach, ach. Ist einfach Cassius, ach? Volle ein helping. Ah, ich bin hier rauf. Eigentlich gut zu wissen. Ich bin hier rauf. Was ist denn hier oben? Ach, von hier hätte ich den anderen Lauf besser treffen können. Was ist denn jetzt da? Hui! Kann man eigentlich machen? Mach ich aber nicht. Ich bin hier mal gespannt, dass hier wirklich eine gute Position ist. Aber Welle 7, ich habe Welle 6 doch überlebt. Ach, du meine Fresse. Nun stirb du Dreckskaosnogin. Oh, da ist noch einer. Ich habe mein Schwert verloren. Oh, da ist der Scheiße. Verdammt! Ah, kein Leben mehr. Hui! Oh! Papa Nörgel. 137 Tötungen, 44 Kopfschüsse, dreimal gestorben, ja alles klar. Ah, Wellen 8, Zeitbonus. Wo für eine Zeit? Stufe 5. Tja. Wer kann mir jetzt sagen, wo man mich findet? Na ja, schauen wir doch nochmal. Hui! Ah, jetzt kommt wieder Ladezeit. Komische Lade. Ach nee, war schon. Ja, die Frage ist, wo bin ich hier? Steht nirgendwo mein Platz? Was ist denn Showrooms? Hallo? Ah! 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 Ja, will er nicht. Naja. Morgen Philips. Trooper 100. Aber bin ich jetzt irgendwo da in der Rangliste? Oder bin ich da bei Kriegsanstrengungen? Hier steht auch nicht für meine Punktzahl. Unter meinen Freunden. Oh, bin ich der Einzige? 245, das heißt, die sind alle vor mir. Ah, geht doch. Und hier? 158. Ja. Unter Ja, aber... Naja. Jetzt habe ich euch die Kammer des Schreckens auch noch gezeigt. Ich nehme an, es ist immer noch kein Grund, dieses Spiel zu kaufen für euch. Aber... Ach, was weiß ich. Kein nix. Macht was ihr wollt. Drückt auf Abo. Gib mir ein Like. Gib mir ein Like. Und äh... Und macht eigentlich was ihr wollt. Ne? Also... Abonniere, Glocke drücken. Und äh... Bis zum nächsten Mal.